Wie geht es weiter mit Jadon Sancho? Genau, diese Frage stellen sich vermutlich auch einige BVB-Fans, denn eine BVB-Rückkehr, die wurde immer wieder als potenzielle Option genannt. Jetzt könnte es aber ein ganz anderer Klub werden, denn da ist es richtig heiß wohl bereits für den Winter, spätestens dann aber im Sommer. Welcher Klub das ist, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like da und ein Abo auf den Kanal, um auch nichts mehr grundsätzlich über den Fußball zu verpassen. Ja, Jadon Sancho, der könnte tatsächlich nächsten Sommer zum FC Barcelona wechseln. Das berichtet jetzt die spanische Zeitung Sport. Eine Verpflichtung im Winter steht jetzt grundsätzlich eigentlich eher weniger zur Debatte, weil man nicht so viel Geld ausgeben möchte. Aber eine Laie wäre natürlich eine denkbare Option, dass man den Spieler erstmal ein halbes Jahr ausleiht und dann quasi risikofrei im Sommer verpflichten könnte und weiß, ob der 23-Jährige wirklich funktioniert. Dass er bei Sancho keine, das heißt, bei Sancho, dass er bei United keine Rolle mehr spielt, das ist bei Jadon Sancho ja mittlerweile eigentlich allen bekannt. Trainer Eric Den Haag hat ihn aussortiert. Er ist suspendiert, er darf nicht mehr im Teamtraining teilnehmen. Eine ähnliche Situation, wenn ich gerade die Beckham-Doku geguckt habe, wie damals mit David Beckham. Nur der ist wieder zurückgekommen zu United und beziehungsweise war das auch bei Real Madrid bei Beckham. Jetzt verwirren wir hier alle nochmal komplett. Aber ich sage einfach mal so, es könnte natürlich immer noch sein, dass wenn ein neuer Trainer kommt, dass man weiter auf Jadon Sancho baut. Aber es könnte natürlich genauso gut sein, dass man eben nicht weiter auf ihn baut. Zumindest ist jetzt das Gerücht mit Xavi und dem FC Barcelona aktuell ziemlich heiß. Es könnte tatsächlich passieren im nächsten Sommer. Ich bin sehr gespannt. Eure Meinung in die Kommentare.